des hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft season 2 mit kleiner 3 leider bin ich mega mäßig zu spät weil ich noch weg war deswegen haben wir leider vier folgen verpasst macht nichts und glaube ich ein klein wenig beef alex wurde gespawned killed und sowas ja gespawned killed haben sie auch teilweise haben sie auch ja wunderbar warum denn überhaupt ich peil das nicht ja das kotzt du megamäßig an da haben sie nicht mal was zu tun ja wir sind beide vollkommen mit maximum rage mode alex aber scheiße drauf geht zum damen meiner kiste warum haben die denn den bogen noch weil keine ahnung so ich muss jetzt gleich echt wieder das portal zu machen oder ja mach es auf jeden fall zu ich hab's auf hardcore art und weise wieder hingerichtet dass ich da durchgehen kann und kommt wieder bei mir raus wir sind auf jetzt letzte zeit auf dem wir möchten alles einfach tot und brennen sehen trip ah mein gott ja ich mach diese session brauche ich nur alles wieder gut so einmal was reingeschrieben hast du obsidian alex ja weil dann mache ich dann mache will ich dafür dass wir uns eine dritte ender truhe machen und der killt mich jetzt schon wieder der spaß hat die flammen zu sehr gemocht steht bei mir ja sorry haut mich wieder tot das ist so ein spaß ey das ist so ein spaß ey na bitte Can töten sind die bei dir zu hause oder wie ja und der Can baut weiter in Penisse die kann nur so hobbylos sein wie die drei gerade ernsthaft na kubi macht gar nix der er ist nur hier und steht drum bisher mini zombie bisher waren es echt nur Kalli und das war's nur Kalle der auf den sack geht und Can ja ich musste noch Reste von Bullshit von letzter woche entfernen ich brauche jetzt Kohle so hast wo hast du ähm hm wo hast wer ist denn das da hinten in dia rüstung ich nichts ich bin hier am rum basteln ey Skelett ja wer baut denn da jetzt in dia rüstung Steine bei dir drauf boah ernsthaft wo ist denn hobby los die haben echt nix zu tun ne ja ja die haben rausgekommen dass wie schon gesagt die dios weg sind und jetzt zerstört es ja sogar noch meinen ofen boah weil der Can hey ernsthaft gut Can sein haus wird brennen hab doch mal auf mein Zeug kaputt zu machen ey das ist Tiberius hat sogar schon Macht voraus gegeben für Griefen verboten und so weiter aber nein die hören nicht drauf ich hab jetzt nur noch ein Rüstungsteil genau meine Fresse weißt du kommst du kommst du online und schon so du sagst mir wenn die weg sind obwohl ich hab sie mir nicht mehr blickern nachgucken einfach mal no ich bleibe zu lang oft bis die wechseln bei meinem Zeug ganz ehrlich ich hab nur ein halbes Herz und das lustige ist bei mir in der Kiste ich kann also wenn die mich töten nein ja weißt du Can grieft ja schon eh die ganze Zeit und kommst du noch hoch zu dir weil der Wasserfluss ist doch weg ich bin oben gewesen aha boah alter hat echt nichts zu tun ist mir jetzt scheißegal ich brenne jetzt Can seine Bude ab so und wir abstreiten das wir die Dias haben oder soll er nicht damit aufhören soll er abstreiten das wir die Dias haben oder nicht weil ich bleibe zu lang draußen bis die weg sind weil ich sehe es nicht ein dass ich jetzt warte bis die mir einen scheiß bauen ich will dann nur einfach nur bauen Ich will auch bauen, weißt du, ich hab nix gemacht und dann kommt der mit der Scheiße an. Doch, die kommen jetzt daher wegen Dias, die wir angeblich haben, die wir wirklich haben, aber wir haben sie angeblich. Boah, Alter, Canitz, hör endlich auf mit der Kacke. Ich bin so schlecht im PvP, geht gar nicht. Okay. So. Komm, Creeper, explodier. Ups. So. Sachen sind neben Can's, äh, die, ähm, Sachen sind neben Can's, ähm, die, ähm, Sachen sind neben Can's, ähm, seinem Zeug explodiert. Ich hab nur ein halbes Herz, das im Begier zu zieht. Blut, Blut überall. Boah, die haben nix zu tun, hä, ernsthaft. So, ich zerstelle jetzt schnell mal einfach kurz das Nether-Portal. Weil. Ja, ich will mein Zeug hier, Geeper. Boah, solange da ein Stein davor ist, kann man sich nicht abbauen, das ist so doof. Hast du ne Endertruhe in deinem Haus? Ja. Ja. Ah, hier noch Clean Stone, natürlich hier noch Clean Stone, das ist gut. So, Moment. Äh, Blacky und Tiberius sind nicht mehr online. Doch, Tiberius ist online. Laut dem Player-Dings, du musst auch auf der Map nicht... Ne, die haben sich irgendwas gemacht, dass die nicht auf der Karte angezeigt werden. Ach, das ist... Ich find das, ich find das auch unfair. Ja. Ich wette, auf jeden Fall nach der Season, werd ich da was sagen. Ich hab eh nichts, also es ist mir jetzt eh scheißegal, ob ich sterbe oder nicht. Jan hat übrigens kein Equip mehr. Freiheit! Erstmal Pimmeln gehen! Jan hat kein Equip mehr übrigens, ne? Ich weiß, ich hab gemacht, dass du hochschwimmen kannst. Wie das? Naja, ich hab Kali, wie er dich erschießen wollte, einfach mal. Geschlagen! Er konnte dich nicht mehr hochschießen. Okay, dann hab ich oben jetzt mal zugemacht. Weißt du was, ich meinst Plan Delta Omega Plus. Ich geh zu denen. Ja, nimm ein Feuerzeug mit. Oder ich kann dir eins runterwerfen. Äh, nö, ich mach mir einfach wieder was bei denen. Ja, oder so. Also, von mir aus kannst du gern ein Haus abbrennen. Ist mir scheißegal. Oder ich mach jetzt... Oh, nee, ich bin noch fieser, ich bin noch fieser, Alter. Ich geh hin und brenn nix ab, weil das war Briefing. Briefing ist ja verboten worden und da bin ich auch voll dafür. Ja, du machst was? Ich stell mich hin und sag, ich brenne jetzt eure Bude ab. Hm. Ihr Pisser. Na ja, mach das. Verschwinde aber. Also, im Klartext, ich steh mich jetzt hier hin und sag so. Stärke zwei Bogen brauch ich nicht. Da kann da hin. Soll ich unten mal gucken? Die stehen noch unten. Ja, ich hab die, ich hab die Minimap nebendran offen. Äh, an meinem Laptop. Nur, dass ich eben alles seh und... Nur, ich bin fies. Peppy-Style. Ja, Peppy-Style. So, ich hoffe auch, dass alle drei abhauen. Ich seh jetzt, Kubi und Can sind noch hier und Kalle geht grad rüber. Ja, das ist doof, weil ich sollte eigentlich alle drei anziehen. Ich schleich mich jetzt mal irgendwo rum. Plötzlich siehst du die auf dem Minimap schleifen. Jetzt kommen alle vier zu dir. Alle vier? Drei. Wo hast du denn du zählend gelernt? Außer Can, der nicht. Äh, ist das Never-Portal noch an? Nein, das ist schon längst aus. Wie ist Can so schnell rübergekommen? Da war es noch an. Ah, okay. Weil dann würde ich jetzt, dann würde ich entweder jetzt kurz einfach Can töten oder so. Ja, dann töte du schnell Can. Ah ne, Kalle kommt wieder woanders lang. So, als ob er wüsste, wo ich bin. Ich sneak hier nicht grad eigentlich vollkommen rum. Mal ganz ehrlich, weil wenn der irgendwas nutzt, ey, der kriegt's so aufs Maul. Die Minimap zu nutzen ist okay, ich seh dich da oben. Ich guck grad, ob ich Can irgendwo seh. Ja, die hauen voll ab, geil. Wie soll ich sagen? Ich sneak hier grad einfach rum. Can ist bei dir. Im Haus, glaub ich. Ja, ja, das macht mir nix. Der hat eh kein Equip zurzeit. Und wenn er sich was aus meiner Kiste nimmt, dann erschlag ich ihn einfach. Also Kubi ist weit weg. Kalle ist jetzt... Haushalt des Sichtbereiches. Ja, ich kann laufen. Muss ja aufpassen, nicht dass da noch einer mich sieht. Can sieht dich, vielleicht. Can ist bei dir zu Hause. Na, das macht mir nix aus. Ich hab das wichtige Zeug in der Ender-Chester, ich komme zu dir hoch. Das war mein Plan. Ach, da ist Can. Wo ist Can? Äh, linke Seite von deinem Haus auf dem Weg zu Nils Haus. Da bin da dran, ich auch. Mach Wasser an, mach Wasser an, schnell. Heiß, ich bin dann verhungert. Achso, Wasser an, ja. Mach Wasser an! Sofort, da sind Zombies! Ja, ich mach grad nen anderen Weg an, okay? Mach hin, ich steh hier rum! Es kommt runter, aber du musst gucken, wo es runterkommt. Gut, Can ist da hinten. Äh, das könnte, wenn es schiefläuft, in den Schafhorten drin sein. Wenn ich ihn treffen würde, wäre das so mega geil. Okay, ich bin im Wasserfluss. Oh. Entweder ich werde durch, äh... Also, ich hab's... Mein Ziel ist erreicht. Die drei hauen ab. Und zwar... Nach... Schreibt denen, ich hab sie verarscht. Oder... Willkommen bei... Verstehen Sie Spaß? Hi. Im Schafsding? Hammergeil. So soll's sein. Mach aus, mach aus. Ja, ich mach auch noch zu hier. Ähm, wollen wir die Insel mal weiterbauen? Es ist jetzt, ähm... Ah ja, wer legt dich ins Bett? Oben sind... Oben auf dem Ding sind Betten. Kannst du dich hinlegen. Gut, sind... Sind abgehauen. Das war bloß sparmännlich. Gut, machen wir... Bauen wir die Insel weiter? Jo. Jo.